Wir kommen zur Musik heute bei uns im Studio. Sie kommen aus unserer Region und viele kennen sie schon seit langem. Willi and the Poor Boys. Sie spielen die großartigen, eingängigen und schnörkellosen Songs der legendären amerikanischen Band Creedence Clearwater Revival. Zwischen Country, Rock und Blues garantieren sie ein authentisches und mitreißendes Musikerlebnis. Und bei uns sind sie heute im Studio mit dem Titel Down on the Corner. Untertitelung im Studio 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 Untertitelung im Studio